Was, Digga? Die haben Julia einfach komplett entstellt, Alter. Boah, das ist heftig. An Julias Stelle wäre ich da richtig sauer. Warte, mein Gehirn ist wirklich überfordert. Das Video heißt, wie wir mit Photoshop belogen werden, die wildesten Fotofakes der Klatschpresse. Es ist ein Video von Topvollgold. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist ein YouTube-Kanal. Weil der ist nicht ultra groß, so 50.000 Abonnenten. Und das hatte mir irgendjemand geschickt auf Instagram. Und ich dachte mir, das klingt sehr, 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 sehr spannend. Es geht offensichtlich um Photoshop-Fakes aus der Presse. Und ich dachte mir, wir können uns das nochmal angucken. Let's go. Schwingert man Celina Gomez, ohne sie jemals getroffen zu haben? Der erste Satz im Video ist, wie schwängert man Celina Gomez, ohne sie jemals getroffen zu haben? Wir starten stark in das Video rein. Wie hält man Helene Fischer in ihrem eigenen Haus gefangen? Ja, Digga, jetzt wird's kriminell. Können wir uns wieder entspannen, Digga? Und wie startet man eine Affäre zwischen Prinz Harry und seiner Schwibbschwägerin, ohne dass die beiden selber was davon mitbekommen? Okay, er hat viel vor. Ich hab das Gefühl, er hat viel vor in seinem Leben. Aber wir können ja einfach mal weitergucken. Alles ganz einfach. Mit Photoshop. Tatsächlich wurden die... Photoshop, Philipp, let's go. ...diese und andere crazy Sachen wirklich schon gemacht und dann ernsthaft von deutschen Zeitschriften abgedruckt. Wie das aussah, zeige ich euch jetzt. Für alle, die neu hier sind, hi, ich heiße Mats, ich bin Journalist und ich lese die Klatschmedien, damit ihr es nicht müsst. Heute zeige ich euch, wie die... Stell ich mir auch einen stressigen Job vor. Also als Mats die Klatschmedien lesen zu müssen und dann darüber schreiben zu müssen. Das ist so, ich glaube, das ist so anstrengend. ...Zeitschriften mit Photoshop komplett eskalieren. In den zehn wildesten Fotofakes der Klatschpresse. Fake Nummer eins. OMG. Selina Gomez schwanger? Dieses Foto hier erschien vor einigen Jahren in der guten alten Bravo. Ist sie schwanger? Das Geheimnis hinter Selinas neuem, Selinas neuem, äh süßem, äh süßem. Wecker, kann ich nicht mehr lesen? Bin ich, hab einfach das Lesen verlernt. Das Geheimnis hinter Selinas süßem Bäuchlein. Oha. Sel hat schon immer von Kids geträumt. Mhm. Das Geheimnis hinter Selinas süßem Bäuchlein. Als ich das Foto sah, hatte ich sofort das Gefühl, dass da irgendwas faul ist. Darum hab ich einfach mal gegoogelt. Selina Gomez blaues Kleid. Nach einer Weile hab ich dann tatsächlich das Originalfoto gefunden. Und wenn man die Bilder übereinander legt, kann man schön erkennen, dass sie ihr da einfach eine dicke Kugel draufgesetzt haben. Okay, das ist sehr dreist. Kann man schön erkennen, dass sie ihr da einfach eine dicke Kugel draufgesetzt haben. Aber das Ding ist, wisst ihr, ist euch bewusst, dass auch bei so einem Bild, also das ist jetzt ja ohne Photoshop, ne? Also das ist mit Photoshop. Dazu geschrieben, wenn man die Bilder übereinander legt, kann man schön erkennen, dass sie ihr da einfach eine dicke Kugel draufgesetzt haben. Dass es erstaunlich viele Menschen gibt, die glauben, dass auch das hier, was ja nicht gephotoshoppt ist, Also die sehen das und sagen, sie muss doch schwanger sein, so sieht doch eine Frau nicht aus. Also es gibt so viele Leute im Internet, die nicht wissen, wie eine weibliche Anatomie aussieht. Das ist unfassbar. Es ist wirklich crazy, wie viele Leute sich outen, dass sie noch nie eine Frau irgendwie gesehen haben. Wenn man die Bilder übereinander legt, kann man schön erkennen, dass sie ihr da einfach eine dicke Kugel draufgesetzt haben. Dazu schrieben sie, hey, liebe Sel, wir haben dein Geheimnis entdeckt. Ein kleines Bäuchlein, was ist da los? Junge, ihr habt das Geheimnis entdeckt, ihr habt das Geheimnis erzeugt. Ein kleines Bäuchlein, was ist da los? Das ist schon dreist, das zu Photoshoppen und dann dazu zu schreiben, was ist da los? Wir haben da was entdeckt. Und wo die Frage ist, hat die Bravo selbst das gefotoshoppt oder hat der Fotograf das vielleicht sogar gefotoshoppt? Man kann nur spekulieren, oder hat irgendjemand dazwischen das gefotoshoppt und dann gesagt, hey, Bravo, ich hab hier Fotos, da sieht die richtig schwanger aus. Weil dann kannst du ja auch besser sellen, so. Keine Ahnung, Digga, keine Ahnung. Normalerweise ist die 21-Jährige doch mega schlank. Die kleine Wölbung jetzt, sehr verdächtig. Hat die Sängerin in letzter Zeit viel Fastfood gefuttert? Oder OMG, ist sie etwa schwanger? Wirklich, da schwingt so viel Misogynie auf, wenn das so ein Fast war. Das wäre der absolute Hammer. Und noch ein größerer Hammer. In all dem, wirklich. ...ist, dass sie das gefälschte Foto damals sogar auf die Titelseite gedruckt haben. Das gleiche haben sie auch mit Rihanna gedruckt. Och geil. Und noch ein größerer Hammer ist, dass sie das gefälschte Foto damals sogar auf die Titelseite gedruckt haben. Dass dazu ein Foto von Justin Bieber irgendwie gepackt wird, das so aussieht, als würde er reagieren da drauf. So, öh, boah, was, die ist schwanger? Digga, what the fuck, das ist Clickbait auf einem anderen Level gedruckt haben. Das gleiche haben sie auch mit Rihanna gemacht. Die hat zwar letztes und vorletztes Jahr wirklich zwei Kinder bekommen. Die Bravo zeigte aber schon vor zehn Jahren ein Foto, auf dem die Sängerin ein, Zitat, verdächtiges Bäuchlein hatte. Die Theorie der Redaktion, Rihanna habe sich von Drake schwängern lassen, um sich an ihrem Ex Chris Brown zu rächen. In Wahrheit wurde sie aber nicht von Drake geschwängert, sondern von den Fotofälschern der Bravo. Wie man wieder gut erkennen kann, wenn man das Originalfoto drüber legt. Wie crazy ist das denn? Zu sagen, oh mein Gott, OMG, ist sie schwanger? Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich stelle nur Fragen, ich habe keine Tatsachen, Falschbehauptung gemacht, ich habe nur eine Frage gestellt. Und dann Theorien aufzustellen, will sie sich bei ihrem Ex einfach nur rächen, indem sie jetzt mit wem anders ein Kind hat? Digga. Aber ich kann euch beruhigen, so manipulativ wie damals ist sie Bravo heute nicht mehr. Die neuesten Ausgaben sind sogar ziemlich brav. Die aktuelle Titelgeschichte heißt zum Beispiel Träume leben, positiv denken, anderen helfen. Was du von Vincent lernen kannst. Wo Vincent, da hätten sie doch auch auf der Titelseite jetzt mal so ein kleines Bäuchlein irgendwie photoshoppen können. Oder so eine Beule in der Hose. Ey, ich bin nur am Brainstormen, ich bin nur am Brainstormen, ich überlege nur, was würde irgendwie dafür sorgen, dass sie mehr sellen können. Aber einfach so, so ein Vincent Weiß, heißt er Weiß, ne? Vincent Weiß, ne? Und dann steht Vincent so und dann hat er so in dem Photoshop-Bild, hat er einfach so mehr Beule in der Hose. Einfach so, auch nicht so in der Hose da, wo man eine Beule hätte, sondern so das Bein runter. So, also den halben Oberschenkel ist dann noch so eine Erhöhung. Das könnte man ja auch mal photoshoppen. Also warum nur Frauen schwanger photoshoppen? Warum nicht bei Männern auch irgendwas photoshoppen? Übrigens immer noch, blank zieht aber keiner mehr. Und auch das mit den gefakten Babybäuchen lassen sie inzwischen. Fake Nummer zwei. Die Prinzessin. Das ist auch so wild gewesen. Ist euch das, ganz kurz, ist euch das bewusst, dass früher in der Bravo nackte Minderjährige zu sehen waren? Ganz kurz, ist euch das, ist das jedem bewusst, dass früher in der Bravo standardmäßig nackte Minderjährige zu sehen waren? Das ist ganz wild. Oder irre ich mich? Warte ganz kurz. Die waren doch, die waren doch unter 18 oder waren die immer 18? Ich dachte, die waren teilweise unter 18. Nein, Entschuldigung, Entschuldigung, ich hab Fake News, war falsch, war falsch, war falsch. Es war immer über 18. Entschuldigung, Entschuldigung, ich hab völliger Quatsch erzählt, ich hab völligen Quatsch erzählt. Okay, 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 okay. Stopp, 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 stopp. Stopp, zurück, zurück, zurück. Wir spulen komplett zurück. Wir rudern zurück, wir rudern zurück. Ich habe Quatsch erzählt. Ich habe gedacht, dass da auch 16, 17-Jährige dabei waren. Nein. Nein, offensichtlich nicht. Ich dachte, teilweise wären da 16, 17-Jährige dabei gewesen. Warte, ich google das jetzt. Waren bei Dr. Sommer auch 17-Jährige nackt? Digga, ich stehe jetzt so auf einer Liste, ne? Also so kommt es mir jetzt vor von den Sachen, die hier stehen. Also zum Beispiel steht hier von Zeit Online. Bravo, danke Dr. Sommer. Ich habe recherchiert, die Bravo hat 16 Jahre lang die Altersgrenze 16 für den Bodycheck gehabt. Okay, hab jetzt keinen Deep Dive davon gemacht. Ich sag mal einfach nicht, wie es ist. Keine Ahnung, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so. Das müssen wir noch mal in Ruhe googeln. Nur falls irgendjemand denkt, weiß ich nicht, was hat die Bravo eigentlich früher gemacht? 92. In jedem Fall wild, in jedem Fall wild, was da abgeht. Dieses Beispiel ist ein richtiger Klassiker. Das wird heute sogar in Büchern und in Vorlesungen gezeigt. Es kommt aus dem Jahr 1992, in dem Prinzessin Stefanie von Monaco gerade ihr erstes Kind bekam. Und das wurde dann unter großem Jubel auf den Titelseiten der Klatschfresse gezeigt. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr allerdings ein kleines Problem. Das Baby sieht immer anders aus. Und was noch ein kleines Problem ist, das Kind war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren. Es kam erst acht Wochen später auf die Welt. Das heißt, die Redaktion... Kinderschutzgesetz war kurz raus. Kinderschutzgesetz ist kurz Kippenholen gegangen. Ist dann 16 Jahre später wiedergekommen. Genau, hat sich 16 Jahre später wieder gemeldet. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ey, okay, okay. Ich check das nochmal ab und wir reden dann nochmal im nächsten Stream drüber. Dann gehe ich ganz in Ruhe das nochmal durch. Und dann kann ich euch im nächsten Stream nochmal sagen, wie es wirklich ist. Und wenn das falsch war, was ich gerade gesagt habe, dann nehme ich das auf jeden Fall, wenn das hier ein YouTube-Video wird. Wenn es auf Schlumpf hochgeladen wird, dann nehme ich das auf jeden Fall raus. Wenn das nicht rausgeschnitten wird, dann ist es nicht falsch gewesen. Die Redaktionen haben ja einfach irgendwelche Babys in den Arm retuschiert. Mindestens zwölf verschiedene Kinder. Okay, das ist jetzt das zweite Beispiel, wo es darum geht, dass bevor ein Kind geboren wurde, einfach schon Kinder in den Arm von der Frau, von der schwangeren Frau retuschiert wurden. Und ihr so untergejubelt. Das war zu einer Zeit, in der zum ersten Mal im großen Stil Computer eingesetzt werden konnten, um die Mittel seit... Warte, also sie hier, wer ist das? War schwanger? In der Klatschpresse gezeigt. Warte, ich muss nochmal anfangen. Dieses Beispiel ist ein richtiger Klassiker. Das wird heute sogar in Büchern und in Vorlesungen gezeigt. Es kommt aus dem Jahr 1992, in dem Prinzessin Stefanie von Monaco gerade ihr erstes Kind bekam. Ah, Prinzessin Stefanie von Monaco. Ich wollte es auch fast sagen. Das ist doch... Da wusste ich doch Bescheid. Und das wurde dann unter großem Jubel auf den Titelseiten der Klatschpresse gezeigt. Hey, habe ich doch direkt erkannt, dass das die Stefanie ist hier von Monaco, oder nicht? Ja, ja, da haben wir uns mal gesehen in Monaco. Und da haben einfach Leute ein Fake-Kind einfach neben sie gepackt. Krass. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr allerdings ein kleines Problem. Das Baby sieht immer anders aus. Und was noch ein kleines Problem ist, das Kind war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren. Es kam erst acht Wochen später auf die Welt. Das ist so krass, Digga. Das ist so krass. Das heißt, die Redaktionen haben ihr einfach irgendwelche Babys in den Arm retuschiert. Mindestens zwölf verschiedene Kinder wurden ihr so untergejubelt. Das war zu einer Zeit, in der zum ersten Mal im großen Stil Computer eingesetzt werden konnten, um Bilder zu fälschen. Und da war die Klatschpresse natürlich ganz vorne mit dabei. Auch Günther Jauch war davon schon früh betroffen. Darüber hat er mal in einem Podcast der Zeit erzählt. Und es ging halt los mit, dass ich mal mit Steffi Graf zusammen... Ey, dieser Podcast, alles gesagt von der Zeit, ist so cool. Also sag ich nicht, weil ich da auch mal zu Gast war, sondern weil der wirklich cool ist. Das Prinzip von diesem Podcast ist, dass man am Anfang ein Wort ausmacht, wie so ein Safe-Word. Es ist ein bisschen wie so ein Safe-Word. Und wenn der Gast das sagt, dann ist das Gespräch vorbei, dann ist der Podcast zu Ende. Und wenn der Gast das nicht sagt, dann geht es einfach weiter, bis der Gast das sagt. Das bedeutet, dass es teilweise Folgen gab, ich glaube mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, es gab eine Folge, wo jemand aus Versehen das Wort gesagt hat, nach zehn Minuten und dann war die Folge vorbei. Also du hörst wirklich, es ist das Wort, du hörst den Gast das Wort sagen und dann ist Cut, dann ist Hard Cut. Du hörst nicht mal mehr, wie die irgendwie sagen, ah, du hast jetzt gerade das Wort gesagt, dann müssen wir wohl aufhören. Das hörst du nicht mehr, sondern der Gast sagt das Wort und es ist Hard Cut, die Folge ist vorbei. Und das gab es schon, dass so zehn Minuten Folge war und dann ist aus Versehen, genau Ulrich Wickert war das, genau irgendwie so. Und dann ist die Folge vorbei, zack. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt so Wichtigtuer wie mich, die, ich glaube, die nach acht Stunden 45 oder so gesagt haben, Ey Leute, soll ich eigentlich mal, wir haben mitten in der Nacht, soll ich das Wort eigentlich mal langsam sagen? Werdet ihr müde? Sollen wir das hier beenden? In den 80er Jahren auf einem Titel waren und in die Mitte hatten sie noch ein Baby über Günther Jauch und Steffi Graf. Jetzt ist ihr großes Glück perfekt. Das ist für uns zwar ganz lustig. Aber ich bin nicht mehr Platz eins. Ich war eine ganze Weile Platz eins mit meiner Folgenlänge, mit irgendwie acht Stunden 40, irgendwie sowas. Aber es gab dann, glaube ich, welche danach irgendwann, die noch länger waren, die irgendwie neun Stunden waren, neun Stunden 30, irgendwie sowas. Weil wir medienkompetent genug sind, um solche Fotomontagen schnell zu erkennen. Aber viele Leserinnen dieser Blätter erkennen das nicht und die glauben das dann tatsächlich. Ich glaube, es wurde nicht mal gecuttet. Ich bin einmal in diesen acht Stunden Pipi machen gegangen und ich glaube, selbst da wurde nicht gecuttet. Es ist wirklich durchgelaufen so. Das ist auch das, was Günther Jauch so ärgert. Also mich ärgert insbesondere, dass damit vor allen Dingen ältere Herrschaften über den Tisch gezogen werden. Also nicht durchgelaufen im Sinne von, dass ein Mikrofon bei mir dabei war. Also das war ja nur ein Mikrofon in dem einen Raum, das sollte ich vielleicht spezifizieren. Und ich bin dann halt Pipi machen gegangen und die anderen beiden haben sich halt, das sind zwei Leute, die es machen. Ähm, äh, Jochen Wegner und ... Jetzt hab ich einen Aussetzer. Äh, Christian, Christoph, nein, warte. Scheiße, jetzt hab ich einen Aussetzer, wie peinlich. Was die Blätter neben Babyfotos damals besonders gerne gefälscht haben, waren Hochzeitsfotos. Hier wurde zum Beispiel Prinzessin Viktoria von Schweden auf dem Cover der Frau mit Herz im Brautkleid gezeigt. Das ließ sich Viktoria aber nicht gefallen, darum klagte sie dagegen und erwägte eine Gegendarstellung, die die Frau mit Herz kurz danach groß auf der Titelseite abdrucken musste. Hierzu stelle ich fest, erstens, ich habe derzeit keine Heiratsabsichten. Zweitens, das Foto ist eine ohne mein Einverständnis hergestellte Fotomontage. Allerdings haben nur wenige Promis genug Zeit, Geld und Energie sich immer wieder gegen solche Foto. Das ist auch so krass, ne, dass mit ganz, ganz viel rechtlichem Stress gibt es dann eine Gegendarstellung, wo sie das schreiben darf. Was ja nicht mal den Effekt hat, wie das auf der Titelseite dieses Foto da war. Das hat ja nicht mal denselben Effekt, weil das Foto zu sehen ja viel mehr Leute wahrnehmen und irgendwie so abspeichern als so einen Text hier. Das ist schon echt krass. Allerdings haben nur wenige Promis genug Zeit, Geld und Energie. Was war dein Wort? Mein Wort beim Allesgesagt-Podcast? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe irgendwas so wie Mississippi genommen oder so. Irgendwas, was man sonst nicht sagt. Sich immer wieder gegen solche Fotomontagen zu wehren. Darum fälschen die Blätter auch heute einfach weiter. So wie im nächsten Beispiel. Weil es eine Jackass-Folge gab, wo so eine Domina die Boys von Jackass so schlägt. Und da hatten die, glaube ich, das Safe-Word Mississippi. Deswegen hatte ich es im Kopf. Der Speck von Jennifer Lawrence. Speck Nummer drei. Der Speck von Jennifer Lawrence. Hier nochmal ein Bild aus der Bravo. Oh, das wird wieder ein bisschen, das wird wieder ein bisschen, bisschen frauenverachtend jetzt hier, glaube ich. Das Foto sollte zeigen, dass Jennifer Lawrence angeblich zu viel, Zitat, Speck am Körper hatte. Auch hier habe ich die Google-Bildersuche benutzt und nach einer Weile das Originalfoto gefunden. Und wieder zeigt sich beim Übereinanderlegen, wie krass sie das Bild manipuliert haben. Die Beine wurden dicker gemacht, genauso wie der Bauch. Das ist schon so heftig, ne? Das ist schon so heftig, weil sie einfach die Story wollen, dass Leute, die diese Zeitschrift lesen, lästern über die Jennifer und sagen, Ah, die ist aber dick geworden. ... und die Arme und der Hals. Immerhin, den Basketball haben sie verschont. Fake Nummer vier. Und an der Stelle muss man sagen, ne? Also die Leute, die diese Zeitschriften kaufen und dann über die Jennifer lästern, dass sie so fett geworden sind und deswegen diese Zeitschriften kaufen. Mein Bauchgefühl würde sagen, das sind vorzugsweise Frauen, ne? Also das ist sehr viel internalisierter Sch***, was da passiert. ... genauso wie der Bauch und die Arme und der Hals. Immerhin, den Basketball haben sie verschont. Fake Nummer vier. Vom Pferd zum Grabstein. Als nächstes Beispiel ein Foto von der Queen, als sie noch lebte. Es entstand kurz, nachdem ihr Mann Philipp gestorben war. Damals ging sie an einem regnerischen Tag über einem Pferdekoppel und begutachtete ihre Pferde. Wenn die da jetzt, wenn die da jetzt gephotoshoppt haben, dass sie an so einem Spieleautomaten spielen würde, wäre das so sick, ne? Dass sie einfach so, so Automatengames spielt. Das war der Funke Mediengruppe aber oftmal viel zu langweilig. Darum wurde aus der Pferdekoppel einfach mal ein Friedhof und aus dem Pferd ein Grabstein. Es bricht einem das Herz, titelt hier das Blatt dazu. Queen Elizabeth, Heimweh nach Philipp, einsame Stunden am Grab. Ich hätte einen Spieleautomaten gemacht. Dass der Grabstein so krass verschmockt ist, dass er schon einige Jahre da stehen muss und dass Philipp in White gar nicht auf einem Friedhof beigesetzt wurde, sondern in einer Kirche in Schloss Windsor, war den Fotofälschern dann auch egal. Fake Nummer 5. Das ist so f***ing heftig. Ich finde das so f***ing heftig. Sehr, sehr krass, das Topf voll Gold, so heißt der Kanal. Ich sag's nochmal. Hier, Topf voll Gold, dass die, äh, guck mal. Kann man doch abonnieren. Hatte ich noch gar nicht abonniert. Jetzt hab ich das abonniert. Könnt ihr auch machen. Sieht Schumi heute so aus. Sieht heute so aus. Finde ich sehr gut, dass sie das so aufarbeiten. Ein häufiges Opfer von Fotomontagen ist auch Michael Schumacher. Was die Blätter dabei besonders gerne machen, ist so zu tun, als hätten sie aktuelle Fotos von ihm. Wie hier die Funke Mediengruppe. Neues Foto aufgetaucht. Sieht er heute so aus? Immer mit dem Fragezeichen, weil dann hat man ja keine Tatsachenbehauptung gemacht. Man kann ja immer Fragen stellen. Sieht er heute so aus? Ist ja nur eine Frage. Oder hier der Bauer Verlag. Fotosensation. Sieht Schumi jetzt so aus? Mhm. Oder hier der Burda Verlag. Sensationelle Fotos. Sieht Schumi heute so aus? Ja. Ist der Burda Verlag ein Bastard-Verein? Ich habe ja nur eine Frage gestellt. Ich habe nur, ich habe gefragt. Ich habe gefragt, was da ist. Sollte man den superreichen Eigentümern... Nein, sage ich nicht. Nein, ich sage jetzt nichts linksradikales. Nein, sage ich nicht. Nein. Eigentum ist Eigentum. Warte. Ich muss mir selber gerade kurz. Eigentum ist Eigentum. Wenn superreiche Leute superreich sind, dann haben sie das verdient. Alle Leute, die reich sind, haben ihren Reichtum verdient. Wir können als Gesellschaft nicht den Reichtum wieder... Nein, können wir nicht. Das ist deren. Das haben die verdient. Immer. Ja, gut. Sorry. Ich musste gerade mir was kurz mantra-mäßig einreden. Sonst sage ich was Falsches noch. Im Wald sind das alles keine echten Fotos, sondern Fälschungen, die mit Apps wie Facetune hergestellt wurden. Ein anderer Trick der Redaktion ist, dass sie alte Fotos nehmen und suggerieren, es wären aktuelle Aufnahmen. Zum Beispiel hier. Dieses Foto schenkt wieder neue Hoffnung. Alles über die bewegenden Hintergründe. Auf dem kleinen Foto sieht man Schumacher von hinten und es sieht aus, als hätte er Mühe, sich gerade zu halten. Seine Frau schaut ihn besorgt an. Man könnte meinen, und mit Sicherheit ist genau das auch die Intention der Zeitschrift, dass dies das erste Foto seit Schumachers Unfall ist. Doch in Wahrheit ist es ein altes Bild, das einfach aus dem Kontext gerissen wurde. Welche üblen Sachen die Klatschblätter sonst noch mit Michael Schumacher und seiner Familie machen, könnt ihr euch in einem separaten Video anschauen. Ich glaube wirklich, ich hatte mich damit auch ein bisschen befasst bei, ich hatte doch schon mal dieses Video gemacht, die Zerstörung der Presse, wo ich auch teilweise darüber spreche. Und ich meine mich zu erinnern, dass wirklich Michael Schumacher richtig abgeholt behandelt wird von diesen Leuten. Und was ich vor kurzem gemacht habe. Wenn es euch interessiert, ich verlinke es mal hier oben und in der Videobeschreibung, dann könnt ihr es euch in Ruhe anschauen. Also immer und immer und immer wieder. Das ist blond, blonder, TV-Zeitschrift. Bestimmt ist euch auch schon mal aufgefallen, dass TV-Zeitschriften fast immer gleich aussehen. Die TV14 zum Beispiel zeigt immer nur blonde Frauen in weißen Klamotten. Crazy, Digga. Boah, Alter. Das ist so ein bisschen wie so eine, wie so eine Black Mirror-Folge, ne? Das ist irgendwie so absurd. Das hat so auch so einen dystopischen Flair irgendwie, ne? Auf der TV direkt sieht man immer nur blonde Frauen in roten Klamotten. Auch da steckt natürlich kein Zufall hinter, sondern Photoshop. Dabei kriegen die Frauen aber nicht nur neue Kleidung und hellere Haare verpasst, sondern oft auch komplett neue Augen, neue Zähne, neue Arme, neue Brüste. Bis am Ende kaum noch was echtes übrig ist. Hier kann man es gut am Beispiel von Yvonne Katterfeld sehen. Oder hier. Was? Hä? So ist es eigentlich, Bild? Okay, Augen komplett verändert, Augenbrauen komplett verändert. Eigentlich das ganze Gesicht verändert. Ich hab das Gefühl, sie hat eine andere Nase, sie hat einen anderen Mund. Komplett andere Haare. Alles anders, alles anders. Komplett verändert. Oder hier bei Laura Berlin. Digga. Digga. Ich kann nicht mehr. Komplett eigene Augenbrauen da reingemacht. Andere Nase. Digga. Was? Was? Digga, die haben Julia einfach komplett entstellt, Alter. Was ist da los? Dafür, dass auf dem Cover... Ey. Boah, das ist heftig. An Julias Stelle wäre ich da richtig sauer. An Julias Stelle wäre ich da richtig sauer. Dafür, dass auf dem Cover immer nur Frauen zu sehen sind, hat die Chefredakteurin der TV direkt... Ist ihr das bewusst? Ich muss ihr das mal schicken, glaube ich. Das ist übrigens eine interessante Begründung. In einem Interview sagte sie mal, Männer mögen keine Konkurrenz auf dem heimischen Wohnzimmer-Tisch. Frauen haben damit kein Problem. Nochmal, wer hat das gesagt? Dafür, dass auf dem Cover immer nur... Eat the rich kleiner als drei. Dana Marilla, eat the rich? Was? Was heißt das? Wir sollten von den superreichen Leuten, die mit sowas reich geworden sind, das Vermögen wieder zurückführen. Wir sollten es wieder zurück umverteilen. Es ist eine Umverteilung passiert, dass es zu denen gegangen ist. Es ist eine Umverteilung, die nicht zu rechtfertigen ist mit irgendwelchen marktwirtschaftlichen Begründungen. Und diese Umverteilung, die ungerechtfertigt zu deren Richtung passiert ist, müssen wir wieder rückgängig machen. Das ist das, was du meinst? Ich verstehe es nicht ganz. Also du willst nicht sozusagen eine Umverteilung in dem Sinn, du willst eine ungerechtigte Umverteilung rückgängig machen. Du willst wieder den Zustand wie vorher wieder zurückführen zu dem Zustand wie vorher. Verstehe ich dich richtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das alles heißt. Ich weiß nicht, was das alles heißt. Nein, nein. Reiche Leute sollten ihr Geld behalten. Weiter geht's. Frauen zu sehen sind, hat die Chefredakteurin der TV Direkt übrigens eine interessante Begründung. In einem Interview sagte sie mal, Männer mögen keine Konkurrenz auf dem heimischen Wohnzimmertisch. Frauen haben damit kein Problem. Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich hätte weniger ein Problem mit männlicher Konkurrenz, als mit einer Frau, die bis zur Unkenntlichkeit kaputt gefotoshoppt wurde. Fake Nummer 7. Immer häufiger weint sie. Eben habe ich schon mal angesprochen, dass die Redaktionen gar nicht unbedingt Photoshop brauchen, um mit Bildern Lügengeschichten zu erzählen. Oft machen sie es auch so, dass sie echte Fotos aus dem Kontext reißen, um damit ihre frei erfundenen Geschichten zu bebildern. Hier zum Beispiel wird ein Foto gezeigt, auf dem Prinzessin Mette Marit von Norwegen weint. Dazu schreibt das Blatt. Immer häufiger weint sie. Sie weint so oft. Wirklich, ihr geht es gar nicht gut. Und das spreche dafür, dass ihre Ehe kaputt sei und die Scheidung kurz bevorsteht. Boah, imagine jetzt kommt irgendwie raus, sie war eigentlich auf einer, weiß ich nicht, Filmpremiere von irgendeinem, von Keinohrhasen oder so und hat da ein bisschen geweint und das wird dann irgendwie missbraucht wegen ihrer Ehe oder so ein Sch***. Ja, auch auf dem Cover wird die weinende Prinzessin gezeigt. Dazu die Schlagzeile. Nimmt der Hof ihr die Kinder weg? Palastkenner enthüllt das Drama im Scheidungsfall. Das Ding ist aber, auf den Fotos weint Mette Marit nicht über ihre angeblichen Eheprobleme, sondern sie entstanden auf der Trauerfeier für die 77 Menschen, die bei den Anschlägen von Oslo und Utteria ermordet wurden. Unter den Opfern befand sich auch der Stiefbruder von Mette Marit. Und diese Fotos missbraucht die Klatschpresse jetzt einfach, um ihr Lügenmärchen von der Scheidung zu bilden. Okay, verstehe ich es richtig, dass 77 Menschen ermordet wurden, unter anderem der Stiefbruder von ihr und sie weint deshalb und Fotos davon werden dann missbraucht, um Geld zu machen, um Storys über Ehekrisen zu machen. Das ist so ein Schmutz, ne? Natürlich muss man denen das Vermögen wegnehmen. Könnte man meinen. Ich selbst habe dazu keine Meinung. Ich selbst habe dazu keine Meinung. Aber könntet ihr jetzt glauben, wollte ich damit sagen, so? Natürlich gibt es keine Berechtigung, dass diese Personen überhaupt so ein Vermögen haben. Könntet ihr jetzt sagen? Ich selbst habe dazu keine Meinung. Marit. Ich bin unpolitisch. Und diese Fotos missbraucht die Klatschpresse jetzt einfach, um ihr Lügenmärchen von der Scheidung zu bebildern. Solche miesen Tricks benutzen die Redaktionen auch bei vielen anderen Themen. Dieses Foto von Prinz Harry zum Beispiel entstand bei einer Gedenkfeuer für Polizisten, die im Dienst ums Leben gekommen sind. Harry spricht da gerade mit Angehörigen der Versch... Digga, wenn das jetzt auch... Natürlich wird das... Natürlich, wo läuft das? Es ist eine Gedenkfeier, wo Polizisten ums Leben gekommen sind. Nur... Okay. Und was macht die Klatschpresse daraus? Prinz Harry, hier trifft er seinen Sohn. Oder unehelicher Sohn aufgetaucht. Auch das Foto der weinenden Meghan wurde aus dem Kontext gerissen. Es stammt aus der Netflix-Doku über Harry und Meghan. Und Meghan weinte ein Wahrheit nicht darüber, dass Harry angeblich einen heimlichen Sohn hat, sondern darüber, dass in den Medien ständig Lügen über sie verbreitet werden. Das ist auf so vielen Ebenen perfide, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Warte. Warte, warte. In der Doku... Warte, boah, warte. Mein Gehirn ist wirklich überfordert, weil es so abgefuckt ist. Mein Gehirn ist überfordert, weil es so abgefuckt ist. In der Doku weint sie, weil die Presse Scheiße über sie erzählt. Und dieses Foto wird missbraucht von der Presse, um Scheiße über sie zu erzählen. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. ...den ständig Lügen über sie verbreitet werden. Das ist auf so vielen Ebenen perfide, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also lieber gleich zum nächsten Beispiel. Wer liest sowas, fragt der Chat. Eure Omas. Alle eure Omas. Vielleicht nicht alle, aber viele. Das ist, äh, das lesen keine, also sowas kaufen keine 16-Jährigen, aber ältere Leute kaufen sowas. Gefangen im eigenen Haus. ...macht. Gefangen im eigenen Haus. Helene Fischer war vor ein paar Jahren in einer Fernsehshow von Thomas Gottschalk zu Gast. Da saß sie bei ihm auf der Couch und wurde von ihm interviewt. Deswegen, also die haben massiv viel Geld. Also ich... Warte mal kurz, sind die nicht wirklich? Ich hab das gerade so gesagt, aber sind die nicht wirklich? Hier steht, wie reich ist die Familie Burda und hier steht 3,7 Milliarden US-Dollar. Ja, das ist offensichtlich der aktuelle Stand. Manche von euch sagen jetzt, wenn man mit so einer Scheiße dieses Vermögen aufgebaut hat, gibt's ja keine Berechtigung, dass man das dann behalten darf. Manche von euch würden das jetzt sagen. Aber ich sage nein. Ich sage nein. Reiche Leute behalten das, was sie haben, immer und überall. Für immer. Gut, wie man auf diesem Foto sieht. Der Bauer Verlag wollte jetzt eine Geschichte darüber machen, dass Helene angeblich ihr Haus nicht mehr verlassen würde. Da passt es natürlich schlecht, wenn sie in TV-Shows zu Gast ist, weil sie dafür, naja, ihr Haus verlassen muss. Also was macht der Verlag? Er verwandelt das TV-Studio mit Photoshop in ein Wohnzimmer und schreibt dazu, Helene Fischer, gefangen im eigenen Haus. Die Argumentation dahinter ist übrigens, dass sie das Haus nicht verlassen könne, weil sie dann ständig fotografiert und beobachtet werde, sie also kein normales Privatleben haben könne. Ironischerweise beweist der Bauer Verlag mit dieser Geschichte, dass es völlig egal ist, ob sie zu Hause bleibt oder nicht, weil die Klatschpresse so oder so ihre Privatsphäre verletzt. Wenn nicht mit Paparazzi-Bildern, dann halt mit ausgedachten Fotomontagen. Fake Nummer 9. Harry und Pip. Ja, ich glaube auch die Helene Fischer, die ist auch eines der regelmäßigen Opfern, glaube ich, von diesen Leuten. Wie kann man so abgef***t sein? Papa, erwischt. Das ist Pippa Matthews. Sie ist die Schwester von Prinzessin Kate, also die Schwägerin von Prinz William und die Schwibschwägerin von Prinz Harry. Und obwohl Pippa mit ihrem Mann James verheiratet ist und Harry mit seiner Frau Meghan und beide eigene Familien haben, wünscht sich die Klatschpresse schon seit Jahren ganz, ganz doll, dass Harry und Pippa zusammenkommen. Und was benutzt die Klatschpresse, wenn sich die Realität einfach nicht ihrem Wunschdenken beugen will? Ihr könnt es euch denken. Photoshop, besonders gerne nehmen die Redaktionen. Ich meine, ihr müsst euch vor Augen halten. Da sind Menschen. Nicht mal jetzt. Ich spreche nicht mal über die Burda-Family jetzt oder vor 50 Jahren oder irgendwie sowas. Ich meine, auch in 50 Jahren, auch in 80 Jahren, auch in 100 Jahren hast du wahrscheinlich Leute, die nicht arbeiten müssen und ihr ganzes Leben lang in Saus und Braus leben dürfen, weil sie ihnen das Geburtrecht haben, auf praktisch unendlichen Reichtum, weil irgendwie Eltern der Eltern der Eltern mit so einer Scheiße aus irgendeinem Grund viel Geld gemacht haben. Jetzt könnte einer von euch sagen, warte mal, wenn in 50 Jahren irgendwie Kinder von den Kindern, von denen, die damit Geld gemacht haben, wenn die nicht arbeiten müssen, ihr ganzes Leben, und nichts leisten müssen, ihr ganzes Leben, einfach in Saus und Braus leben können, ohne zu arbeiten, das ist doch kein Anspruch, den man ans Leben haben kann. Also die können ja nicht sagen, ich habe den Anspruch, dass ich nicht arbeiten muss. Das wäre ja Quatsch, weil wir sollen ja in einer Leistungsgesellschaft leben. Könntet ihr jetzt sagen? Und ich sage, nein, natürlich müssen Leute nicht arbeiten in dieser Gesellschaft. Natürlich müssen Leute nicht arbeiten über Generationen und dürfen in Saus und Braus nehmen. Natürlich dürfen die das machen. Natürlich, das ist wichtig, dass Leute nicht arbeiten gehen. Dass Leute nichts leisten. Dass Leute einfach alles bekommen in ihrem Leben. Ab dem ersten Tag bis zum letzten. Natürlich ist das wichtig. Das wäre doch absurd, sowas zu widersprechen. Zum einen dieses hier von Harry, das aufgenommen wurde, als er mal mit seinem Bodyguard aus dem Fitnessstudio kam. Und zum anderen dieses Foto von Pippa beim Joggen. Wirklich, mir gefällt das nicht, dass ihr heute so linksradikal drauf seid. Können wir mal bitte, können wir mal bitte hier wieder Ordnung reinkriegen? Diese beiden Fotos werden einfach zusammen montiert und zack, kann man behaupten, erwischt. Erwischt, Digga. Ist er wieder am Fremdgehen. Heimliche Treffen mit Pippa. Ein anderes Bild, mit dem den beiden offenen Affären angedichtet wird, ist dieses hier. Harry und Pippa. Heimliches Babyglück. Sensationell. Das royale Skandalpaar ist außer sich vor Freude. Der eigentliche Skandal ist aber, dass das Foto in Wahrheit nicht Harry und Pippa zeigt, sondern Kate und William. Was? Der eigentliche Skandal ist aber, dass das Foto in Wahrheit nicht Harry und Pippa zeigt, sondern Kate und William. Laut dem deutschen Pressekodex müssen Fotomontagen übrigens deutlich wahrnehmbar als solche erkennbar gemacht werden. Haben die vergessen. Haben die aus Versehen vergessen. Das war es einfach vergessen worden. Die dachten, das weiß doch jeder. Einmal dürft ihr raten, ob sich die Klatschpresse daran hält. Fake Nummer 10. Zombies Royale. Zum Schluss komme ich noch auf eine Frage zu sprechen, die mir oft gestellt wird. Warum sehen die Gesichter in der Klatschpresse eigentlich immer so gruselig aus? Eine durchaus berechtigte Frage, wenn man sich zum Beispiel mal das Goldene Blatt anguckt. Die Antwort darauf hat mit dem sogenannten Uncanny Valley Effekt zu tun. Dieses Phänomen tritt auf, wenn Menschen kennen wir alle. Ihr kennt das. Sehr gut. oder menschenähnliche Figuren fast aber nicht ganz realistisch aussehen. Dann kommt es oft vor, dass kleine Unnatürlichkeiten bei den Betrachtern Unbehagen oder sogar Ekel auslösen. Um zu erkennen, welche Unnatürlichkeiten das im Fall der Klatschpresse sind, muss man sich auch hier wieder mit den Originalfotos vergleichen. Nehmen wir zum Beispiel dieses Bild von Prinzessin Kate. Das wird in der Klatschpresse schon seit vielen Jahren immer wieder benutzt und sieht irgendwie seltsam aus. Also habe ich auch hier wieder nach dem Original. Wie sieht es eigentlich rechtlich aus? Ist ja bewusste Desinformation mit öffentlichen Medien oder habe ich da was missverstanden? Ja, stimmt. Aber es ist sehr aufwendig, dagegen rechtlich vorzugehen. Plus, du kannst halt so ein bisschen rumtricksen, indem du sagst, ich habe Quellenschutz. Also wenn ich jetzt behaupte, hey, weiß ich nicht, Julian Bam hat wohl eine Affäre mit, weiß ich nicht, der Queen? Ach nee, die ist tot, scheiße. Mit Joe Biden. Dann kann ich sagen, ich habe Quellenschutz. Ich habe diese Information bekommen, aber ich muss die nicht sozusagen darstellen. Das schützt erst mal. Das zweite ist, dass ich so Fragen stellen kann. Also hat Joe Biden eine Affäre mit Julian Bam? Fragezeichen. Dann mache ich immer noch Klicks, mache ich immer noch Sales, aber stelle ja nur Fragen. Und so gibt es halt manche Tricks, die sozusagen der Effekt ist immer noch da, dass Leute dann desinformiert werden. Aber man macht es auf eine Art und Weise, wo die Fallhöhe nicht da ist oder nicht so hoch ist. Und Digga, es gab Fälle, da haben die sich komplette Interviews ausgedacht. Also wirklich komplette Interviews. Ich glaube, das war mit Sandra Bullock. Also haben die in verschiedenen Fällen gemacht. Aber ich glaube, bei Sandra Bullock war es mal so, dass sie wirklich gesagt hat, ich weiß nicht mehr, ob sie es wirklich war, aber den Namen habe ich jetzt im Kopf damit. Vielleicht ist es aber auch falsch. Dass sie wirklich gesagt hat, Leute, das ist halt falsch. Ihr könnt nicht einfach euch komplette Interviews ausdenken. Und vielleicht war es auch wer anders. Ich meine, es war Sandra Bullock gewesen. Und dann ist sie da, glaube ich, rechtlich bis zum Ende vorgegangen. Und dann mussten die das auch irgendwie richtig stellen. Und meine ich, bin mir aber jetzt not sure. Aber das Ding ist halt, du kannst sehr viel solche Scheiße bauen. Und selten kommt es zu dem Punkt, dass du wirklich dafür rechtlich belangt wirst. Und dann ist die Strafe nicht so hoch wie das Cash, was du machst. Also du kannst halt Milliarden damit machen. Haben wir ja gerade gesehen. Du kannst Milliarden damit machen. Und die Strafen sind nicht so hoch. Also unterm Strich kriegst du mit Desinformation halt Milliarden an Vermögen angehäuft. Und kannst dann den Anspruch haben, dass deine Kinder und Kindeskinder und Kindeskinder nie wieder, also niemals in ihrem Leben arbeiten müssen. Und nicht Teil der Leistungsgesellschaft sein müssen. ...foto gesucht, was ziemlich lange gedauert hat. Aber irgendwann habe ich dann noch gefroren. Mit Desinformation, das ist schon schön. Wie man sieht, wurden ihre Zähne aufgehellt. Sie hat neue Augen bekommen. Ihr wurden Ohrringe dran gefotoshoppt. Und ein Krönchen aufgesetzt. Und so entstehen dann die royalen Zombies auf den Titelseiten der Klatschpresse. Und für alle, die jetzt schon das halbe Video rufen, Mats, du Idiot, warum benutzt du nicht einfach die Rückwärtssuche von Google Lens, um die Originalfotos zu finden? Ich zeige euch wieso. Weil ich damit nie die Originalfotos finde, sondern höchstens Werbung für Zahnärzte. Digga, Digga, das ist das, was Google ausgibt, wenn du Reverse Search machst. Oh Mann, Alter, Digga. Und damit sind wir am Ende unserer Reise in die wilde Welt der Fotofakes. Wenn ihr mehr solcher Deep Dives sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal und liked dieses Video. Das hilft sehr, damit auch andere das Video sehen und dich weiter dieser Arbeit macht. Ey, sehr, 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 sehr nices Video. Wird auf jeden Fall geliked. Wirklich, folgt da rein, topvoll Gold. Die machen, glaube ich, nicht so viele Videos. Also die spammen jetzt auch nicht so rum. Und wenn die was rausbringen, glaube ich, ist das auch nice. Deswegen folgt da wirklich mal rein. Das sind spannende Videos. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass die darauf aufmerksam machen, weil es passiert sonst viel zu wenig. Vor allen Dingen auf YouTube und Co., weil damit befasst sich ja normale YouTuber, in der Anführungszeichen, oder die meisten YouTuber ja nicht so. Ja, nice, Alter. Alter, wild. Ich finde das absolut wild. Ich denke, wir haben jetzt alle noch mal vor Augen gehalten bekommen, dass man nicht den Ausdruck Geld verdienen benutzen sollte, sondern immer Geld bekommen. Du hast dein Vermögen nie verdient, sondern du hast es bekommen. Ob du es verdient hast, steht sehr in den Sternen. Müsste man sich im Einzelfall angucken. Vielleicht hast du nichts davon verdient. Und habe ich jetzt im Chat gelesen, dass es jemand geschrieben hat. Ich selbst sehe das eher kritisch. Ich finde, wenn, sobald jemand Geld bekommen hat, hat er es für immer verdient. Und die Kinder auch und alle. Deswegen, ich halte mich da raus. Ich bin unpolitisch.